Einen wunderschönen guten Morgen, meine liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Daily Vlog, was heute wird. Und zwar machen wir heute Pancakes, meine Freunde. Xelian will Pancakes, ich will Pancakes. Und ja, man sieht, ich bin gerade erst vor ein paar Minuten aufgestanden. Kein Hindernis, um wunderschöne Sachen zu machen. Und zwar Pancakes. Und ich habe auch schon alles da. Und zwar haben wir Milch, Oil, Smurf, Butter, Zucker, Wage, Vanillezucker, Backpulver, sonst sind es einfach nur normale Fangcouren. Wir fangen mal an. Was brauchen wir mal als erstes machen? Ich weiß gar nicht. Let's go. Milch, 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 Milch. Oh, das reicht nicht. Verdammt. Die Milch ist leer. Mit einer Hand jetzt hier ein Ei aufzuschlagen. Ich habe mal gehört, es gibt Leute, die ohne Geld Kameramann sein wollen. Die können sich heute melden bei mir. Ich kriege das noch nicht hin. Weiter, wir machen das so. Turbo! Sie sind fertig! Yum, yum! Ich bringe sie jetzt mal jetzt hier hin. Was gibt es geileres jetzt als am Computer zu arbeiten und Pancakes dabei zu frühstücken? So kann ein Tag beginnen. Heute ist es wieder so weit. Ein kleiner Piepenmanns hat sich in die Wohnung verirrt. Mensch, 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 Mensch. Wie schaffen die das immer? Gott, 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 Gott. So, aber diesmal kann ich es aufnehmen. Will ich ihn fliegen lassen? So, komm, aber nicht wieder. So, ja, erst mal gì? So, ich cryptocurrency,분feika. Zum high. Danke? 若ang. ercaить,